Sarah Engels sollte im ZDF-Fernsehgarten ihre neue Single präsentieren, sagte aber wegen eines medizinischen Notfalls kurzerhand ab. Eigentlich wäre Sarah Engels in wenigen Stunden einer der vielen Star-Gäste im ZDF-Fernsehgarten gewesen. Die Sendung ist die vorletzte dieser Saison, es folgen in diesem Jahr lediglich die Abschlussfolge, das Oktoberfest sowie zwei Live-Shows in Schwerin, von denen nur eine im TV übertragen wird. Unter dem passenden Motto tierisch natürlich leitet die Sendung am 22. September thematisch passend Herbstbeginn ein. Auch eine ordentliche Portion Schlager wird es selbstverständlich geben. Mit von der Partie sind die Ehrlich Brothers, Maite Kelly, Ben Zucker, die Lärmer, ehemals. Luxus, Lärm und viele weitere Gäste. Auf dem Line-up des Tages stand auch Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Engels, 31. Wer plant war eigentlich die Premiere ihrer neuen Single mit dir, doch daraus wurde kurzerhand ein Ohne sie, denn, einen Tag zuvor gab die Sängerin bekannt, dass sie nicht zum Fernsehgarten kommen wird. Auf Instagram postete sie, ihr Lieben, leider werde ich morgen beim Fernsehgarten nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis, ich habe euch lieb. Ihre Fans wissen schnell, mit kleinem Maus muss ihre Tochter Solea gemeint sein. Der Grund für den Krankenhausbesuch ist bisher noch nicht bekannt. Sicher ist, es muss etwas Kurzfristiges gewesen sein, denn Sarah Engels war zu dem Zeitpunkt bereits in Mainz, und das samt Ehemann Julian, Sohn Alessio und Mama Sonja. Sarah Engels nahm im Jahr 2011 an der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar teil. Sie belegte dort am Ende in der finalen Sendung den zweiten Platz hinter Pietro Lombardi, 32, mit ihm war sie anschließend 2013 bis 2019 auch verheiratet war, und mit dem sie 2015 ihr erstes Kind, Sohn Alessio, bekam. Im Dezember 2021 kam Töchterchen Solea zur Welt. Ihre beiden Kinder stehen für Sarah an erster Stelle, doch die Karriere der Powerfrau muss deshalb keinesfalls einbüßen. Vielen Dank! Herr, Sie behaupten, der Ukraine ist hier in der neuen Verein, der Ukraine ist hier in der Vergangenheit. Untertitelung des ZDF, 2020